Das ist die Wallner Schank. Das ist eines der Herzstücke des Wirtshauses. Und zwar, wer es bis zur Wallner Schank schafft, der schafft es automatisch bis zu meinem Mann, weil der ist der König dieser Schank. Und ihr werdet sehen, die ist so klein, aber da sind oft 50, 60 Leute drinnen. Es ist unmöglich zu arbeiten, es ist unmöglich die Gäste zu bedienen. Schaut mal kurz rein, sie ist klein, aber sie ist wirklich witzig und da könnte man Filme drehen, Bücher schreiben, da könnte man Leute erpressen mit unserem Wissen, mit unseren Aufnahmen, die wir haben könnten, dürfen. Bitte, kommt gleich rein. Achtung, da ist sehr niedrig. Das ist also für Menschen, wie für mich, geschaffen. Und da haben wir schon einen Stammgast sitzen und den, wie gesagt, den König der Schank.